Das ist ja voll langweilig. Ich dachte, du willst ein Thema machen. Das ist dir dann doch noch so viel eingefallen. Das wäre doch doch so viel eingefallen. So, jetzt muss man mal zeigen, wie das hier funktioniert. Ich will ja was lernen, ich bin ja nicht zum Spaß hier. Der guck nicht so wie ein Fisch, ey. Kannst du bitte mein Hangout verlassen. Nein, das macht so viel Spaß. Erst öffentlich, yay. Ich muss einfach mitlachen, ey, das ist ja schlimm. Ach, wie schmeißt man die Leute raus? Du musst, glaube ich, auf das nächste Mal und drücken. Nee, ich fahre aber gerade ein Hangout. Und ein Hangover. Von was denn bitte? Übrigens um 17... Achso, ich sag, ich hab um 17.45 geht's los. Yay, der Piss. Süßigkeiten. Aber die schmecken nicht. Aber meine schmecken, ich hab's nicht das Fragezeichen. Ja, ja, ja. Wer redet denn da noch? Der soll mal leise sein. Das hab ich auch das Fragezeichen. Der schmeckt besser. Hast du gegessen, die sich kennen? Ja. Ich will das was auch machen. Aber du musst dich mit den Leuten reden. Du musst den Sachen sagen, die sie wissen wollen. Das ist richtig. Wie kann man hier sein Bild ändern? Wahrscheinlich der Profilbild, oder? Ich hab keine Ahnung, wie ich überhaupt... Ich bin hier nur durch den Link hergekommen. Ich hab überhaupt kein Bild, oder? Nein. Ich kann nicht mehr auf mich draufklicken. Ich bin anonym. Ja, ja, total anonym mit deinem Namen. Ja, doch. Oh, wie langweilig. Stell mal Fragen, Nostil-User, äh, L-Sold-User. Verdammt. Ich hab wohl schon so viele Fragen. Man versteht dich irgendwie ganz schlecht. Du bist ganz leise. Kann man dich irgendwie lauter machen? Ja, das liegt an meinem Mikro. Das ist nicht so laut irgendwie. Stimmt, kann man dich irgendwie lauter machen, oder so. Kann ich auch mal rumschreien. Vielleicht hörst du mich dann besser. Nee, danke. Nee, das war schon ganz gut so. Nicht schreien. Ja, so. Man kann ja sein Bildschirm freigeben. Es lesen auf jeden Fall gerade einige User das Topic. Ähm, genau. Ich muss zum Friseur. Was machst du? Du guckst dich selber an. Nee. Was machst du denn? Ich bin gerade auf Facebook unterwegs. Warum? Weil ich's kann. Warum? Weil ich's kann. Ich spiel gerade. Standzeitspiel. Ich spiel das auch. Welches Level bist du? Ja, ich spiel auch da natürlich. Ich bin 39. Oh, warte. Ich bin schon 50. Ich bin 44. Geh mal in eine Klang-Glyphmole, wie das heißt. Es gibt auch mal meine Klang-Glyphmole. Nee. Hallo, Neuer. Hallo. Hallo. Er sagt nix. Der mag nicht mit uns reden. Ja, nein. Äh, meine Klang ist... Ist er wieder raus? Äh... Stehen los. Äh, muss aufhören auf Start unten. Ah, richtig. Da ist er! Nee, bei Start steht's nicht. Plan. Ich sehe, was du machst. Hallo. 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 Ernsthaft? Der will doch, dass ich meine Herde vergrößere. Das reicht langsam. Das sind aber viele. Das ist ein Festsubjekt. So, jetzt meine sind... Warte, warte. Ich hab auch welche. Warte, ich krieg mal meine rein. Aber nee, es wird ja nix bringen. Wer hat denn mich jetzt schon? Ich will meine Cam ausschalten. Ja, die ist ja gar nicht. Man sieht dich gar nicht. Doch, sie ist dran. Sie ist dran. Dürfen wir dich nicht sehen? Nein! Ich hätte gerne eine Cam, dass man mich sieht. Aber man sieht, ich hab keine... Ich hab deine Hohenz drüber gelegt. Ich will mal nicht... Man darf mich nicht sehen. Man darf dich nicht sehen. Schämen Sie dich mal ein Aufsehen? Schau, schau, schau. Ja, natürlich. Ich bin verschlafen. Du hast bis jetzt geschlafen. Herzliche Glückwunsch. Bis wohin, ja. Ich bin auch verschlafen. Hm. Hm. Warum? Weil... Warum? Du hast... Ich sag's nicht. Ich bin ganz brav. Oh Gott. Ich aber was? Nichts. Du heißt Irr. Ich hab's. Wie spricht man das? Irr. Irr. Ach so, Irr. Okay. Irr. Das ist dasselbe, was man nach dem Vieltrinken macht. Könntest du bitte solche komischen Kommentare sein lassen? Das wäre sehr freundlich. Danke. Warum? Wer ist das da eigentlich, die Frauenstimme da? Das ist meine hochgeschätzte Kollegin Nox. Halt... Du sollst es nicht hier machen. Das hast du vorhin selber gesagt. Aus Versehen. Aus Versehen, ja. Ich hab das gerade auch aus Versehen gesagt. Soll ich das vielleicht auch noch deine private Adresse irgendwo posten? Ja, hier, direkt. Dann tue ich das über Facebook und was weiß ich nicht wo. Mal schau es in Elseworlds. Ja, wir hauen es in die Gilden-Chan rein. Wenn ihr mir schöne Sachen schickt, ist das okay. Okay, dann schenke ich mir ein benutztes Taschentuch von mir Papa, das ist schön. Warum ist das schön? Keine Ahnung, weil ich es nicht sehen muss. Das ist ein sehr fragwürdiges Geschenk. Oh Gott, das ist ja ein ganz einfallsloser Name für schwarz wie eins. Ja, war's. Das ist jetzt böse. Ich hab nie gesagt, dass ich in der Serie wäre. Ich weiß überall so, weißt du. Eins muss ich sagen. Ich bin nicht schwarz. Das hätte ich jetzt, also, nicht gedacht. Ja, seid froh, dass ihr mich nicht als Koma habt. Oh Gott! Wie gut, dass meine Cam aus ist. Wir sind... Vorhin waren auch viel mehr Leute hier, oder? Ja, vorhin waren hier acht, neun Leute. Ich glaube, neun ist das Maximum. Ja, aber das sind schon mehr als vier. Das ist richtig. Wir sind hier, oder? Vier sind neun, aber sehr viele Leute. Also, da wird es richtig angestrengt, viele Leute hier reinlassen zu dürfen. Ja, das ist halt das Maximum. In einer Minute kommt die Nachricht, oder? Nee, nee, die kam schon. Ja? Ja. Bei mir kam die nicht, oder? Du, Noob, du kannst ihm mal Ingame-Nachrichten schreiben. Doch, kann ich. Okay, ich bin ganz schnallt jetzt. Ach, doch, da... Ja, viele von den Leuten müssen halt vielleicht noch dieses Plug-in installieren und so Zeug. Hab ich eben. Und Google Plus, wo kann auch... Ich leide das vielleicht gar nicht. Ich hatte es ja auch nicht. Ah! Irgendwas hat gerade mich angepingt. Was war das? Das war... Das ist mein Niemann-Joyant. Äh, keine Rückmeldung. Ja, ich war auch schon vorhin da. Wieso kommen die alle und gehen die sofort wieder? Ich hab keine Rückmeldung. Vielleicht, weil du es öffentlich machst, oder so? Nö, nö. Was kommen denn jetzt welche? Da kommen einfach irgendwelche Leute rein. Wer weiß. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ich winke auch, aber man sieht mich nicht. Doch, mein Grafikdesigner sieht mich. Nave. Nave. Winke. Ah, toll. Ah, er fluchst zum zweiten Mal. Hey. Wir haben keine Kamera leider. Oh Gott, das leckt. Ja, aber es bringt mir jetzt gerade nichts. La la la. Oder wir machen das auf deinem PC. Hast du Zeit? Ne, ne? Irgendwie hat fluchst voll die gute Kamera, muss ich sagen. Oder Webcam. Alter, ich kann keine Kombos nicht lecken zu werden. Das ist so eine HD-Camp, die habe ich mir ja organisieren lassen, quasi. Ähm, bei Google Plus ein Hangout mit ein paar Spielern. Ah! Ach, ich frage an dich, wo werden eigentlich die Verwarnungen angezeigt, wegen der Major-Points? Äh, wo die angezeigt werden? Ja. Ja, sobald du halt irgendwie gegen die Regeln verstößt oder so, bekommst du eine E-Mail und dann steht dort deine Verwarnung drin. Also dauerhaft irgendwo angezeigt werden die eigentlich nicht, ne? Nein, die werden für uns intern angezeigt, ähm, aber die werden nicht in euren Account oder so abgelegt, äh, wo ihr die einsehen könnt. Ah, okay. Also deswegen am besten erst gar nicht anfangen, irgendwelche Verwarnungen nur so zu sammeln. Ach, hier kann man nicht auch Verwarnungen sammeln? Ja, toll. Ja, natürlich. Ach, Gottchen, und was sind die Regeln? Die stehen alle vor. Immer schön freundlich sein. Was? Ach, Gottchen. Es hat sich doch eigentlich gar nichts verändert. Ne, hat's auch nicht. Es ist immer noch genau das selbe, vorher, es gibt genau dieselben Sperr- und Verwarngründe, nur, dass die jetzt halt irgendwelche Major- und Minor-Punkte haben. Wegen euch lege ich. Vor allem wegen dir, Flux. Ja, das, ich bin schuldig. Du kannst, du kannst nochmal rechtsklick auf Flux sein Bild unten machen, dann kannst du dauerhaft aus deiner Cam bleiben. Hab ich schon. Hab ich auch, wir gucken alle dich an. Haha. Also nicht kubbeln. Aber trotzdem leckt es. Wenn's zu sehr leckt, würde ich vielleicht einfach mal aus dem Hangout rausgehen oder aus Else wird rausgehen. Ich geh bestimmt nicht aus Else wird raus und hier ist es gerade lustig. Also wenn ich gerade den Match, da kann ich nicht raus. Dann sterbe ich. Oh je, oh je. Also ich würde auch lieber aus dem Hangout rausgehen als aus Else wird rausgehen. Ich seh dich, Sarah. Ha, ich seh dich, Sarah. Ich seh dich, Sarah. Weg. Wieso sagst du das? Man sieht dich. Hört sie dich? Aber ich glaub, sie will nicht gesehen. Sie möchte auch nicht mit uns sprechen. Sie hat keine Herzen, kann das sein? Äh, weiß ich noch. Doch, ich hab sie schon vorhin gehabt. Ich glaub, so ein integriertes Mikro oder so. Du solltest nicht mal alle Namen sagen. Hä? Äh? Das hat sich auch nicht einmal gesagt. Ja. Das ist eigentlich hinlänglich bekannt. Ich hab Schmerzen. Oh, ich auch. Wo? Worüber? Ja. Ich hab hier Schmerzen. Ja, das ist normal zu schmerzen. Das ist vom Nachdenken. Du machst ja zu viele Sorgen. Ja. Ich, ja. Er arbeitet viel zu viel und denkt zu viel. Der versteckt sich doch auch noch mal mit jeder Liebeflux. Ich versteck mich. Ich versteck mich gar nicht. Ich versteck dich nicht. Ich versteck mich. Man sieht nicht in der CSU. Und ich versteck mich auch. Der ist auch gerade drin von nahe. Das ist aber normal. Möchtest du herkommen? Wer ist denn da? Und mal Hallo sagen. Wer ist da? Das ist der Game Designer. Jo. Er traut sich nicht. Hm? Das ist mir lustig. Ja, mach ruhig. Weiß ich nicht. Studium. Ja, also jetzt noch. Das ist mir gut. Willst du mal binken? Ja. Das ist ja hier dieses Trollfake. Ja, das ist auch gut. Komm. Wink, wink. Er rennt weg oder was? Hä? Ja. Wo ist er denn? Er ist weg. Voll der Schisser. Da stehen sehr viele Wasserflaschen. Nein, das sind Abwärtsabflaschen. Ich hab Flux gesehen. Und jetzt ist X2Xer abgeschmiert. Ich hab Flux gesehen. Er klärt es. Der sieht voll scheiße aus, der Kerl. Wer spricht denn da gerade? Arsch. Sehr geil. Ich glaub, das war der P-Mann-Time. Ja, der P-Mann-Time. Na, Beleidigungen müssen hier glaub ich nicht sein, oder? Nein. Ich glaub, er hat nicht realisiert, dass wir ihn hören. Wahrscheinlich nicht. Der hat sich selber nicht gezeigt, das sagt uns alles. Ja, Flux, man sieht in deinem Fenster das geöffnete, sieht man uns. Ja, ist doch schön. Ihr habt das extra so hierhin gebaut, das Fenster? Ja, das kannst du dem Gebäudearchitekten aufklickern. Dass du das angeb... Hä, ich versteh dieses Hangout-Dings nicht. Ich hör Flux nicht mehr. Ich auch nicht. Mach dein Mikro an! Nee, der wurde stumm geschaltet. Von wem? Hm. Ah, aber irgendwas hat... Hallo, hallo? Wieso kann das irgendwie einfach machen? Was hast du denn nur für Einstellungen? Du kannst ja irgendwie nicht so viel einstellen. Aua! Bitte doch nicht Flux... Flux muten ist echt mut, Leute. Wie soll das denn funktionieren? Wieso kann das irgendwer einfach machen? Ich versteh's gar nicht. Ui! Ah! Ha! Ich kann auch Leute muten. Aber... Ja, aber das ist nur für dich. Ja, das ist nur für mich. Gelta. Gelta. Es steht doch immer oben drüber, dass Leute gemutet werden. Also lass das bitte. Ich wollte nur gucken, ob das auf uns Einfluss hat oder ob bei ihm das Mikro nicht geht. Soll ich mal meine Redner-Zeichnung zeigen? Ja, zeig mal. Ach Gott, ja. Sie hat mit einem reingerichtet. Jetzt komm! Pass auf! Ich muss erst mal den Laptop drehen, dass man mich nicht sieht, falls es irgendwie... Ach Gott, ja. Was meint denn jetzt Sarah? Was? Ich hab' ich krieg' das noch gedreht. Ja, ne? Puh! Leute, ich hab' gefehlt ohne Ende. Oh mein Gott, hab' ich gefehlt. Welches wollt ihr denn sehen? Ich hab' mehrere. Oh mein Gott. Ja, zeig' alle. Also bei mir ist es da so leicht rot. Einmal? Na, ein bisschen ruhiger halten. Ah, okay. Ja, das geht nicht so richtig. Äh. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Doch, erkennt man. Schick. Das ist jetzt was? Ich kenn's... Ich kenn' das heute nicht so gut. Ja, das ist Rena. Meine Rena. Ach, Rena. Ist das okay. Ja, schick. Fail! Schick mal ein, dann kommt das auch da hinten mit ran an die Wand. Ich hab' aber ganz viele davon. Dann schick' alle ein, dann kommen alle an die Wand. Ja, aber ich will nicht, dass alle eingeschickt werden. Du kannst ja auch kopieren und die Kopie schicken. Oder eins bringen. Ein Deutschbuch der siebten Klasse. Dann was? Ja, ich... Daneben eine Flasche. Eine? Äh, zum Glück sieht man die anderen nicht. Man sieht ne Dose und ne Flasche, das reicht mir. Ne Dose? Was für ne Dose? Meinst du... Die hier? Nein, ne blauen Ding. Ne, 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 ne. Achso, oh. Die hier, ne? Oje, oje. Äh. Sensiert. Na, wie lange kannst du den Arm ruhig halten? Ich hab' keinen Bock. Oh, ich fail so oft in der Zeit. Ich hab's aber noch irgendwo... 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 Wer ist das? Deine Mutter. Ne, deine. Wer auch immer da spricht, er hat auf jeden Fall Probleme. Ich glaub, das war einmal Terrasus gerade. Ja, einmal Terrasu und einmal der sagte, seine Mutter war dann der liebe Paolo. Genau. So, und das, was jetzt kommt, damit rechnet eh keiner. Ich hab das Elfwort-Poster immer noch. Sehr gut. Yay. Schön aufheben. Das hab ich von Opti geschenkt bekommen letztes Jahr. Wir haben jetzt auch wieder, äh, andere Poster. Ich war eigentlich... Ja, wer hätt' ja auch vor Gamescom gewesen, wär' ich auch da gewesen. Aber ihr wart nicht da, sonst hatt' ich keine Lust. Ne, da waren wir leider nicht. Ähm. Langweiler. Ja. Werden auch nicht bei der Konichi sein. Also ich werd' zwar trotzdem da sein, aber ich werd' dem Hostet-Team ein bisschen helfen. Aber wir sind das nächste Jahr auf einigen Conventions. Welche denn? Dokomi? Animagic? Naja, das wissen wir noch nicht genau, also... Ähm. Jetzt ist er wieder stumm, oder? Ich brauch' ne Maus. Also wir gucken dann, äh, jetzt, Ende des Jahres, wo es, äh, nächstes Jahr überall hingeht, auf die Conventions. Wenn wir schon Bescheid sagen, dann komm' ich auch. Ja, also ich, äh, schreib' das dann schon ins Forum, ähm, und dann könnt ihr euch, ja, darauf einstellen, wo's hingeht. Lieferst du zukünftig auch eigentlich immer wieder mehrere Change-Logs oder nur immer die Ankündigungen? Also Change-Logs gibt's nicht mehr, ähm, es wird in Zukunft ein bisschen was anders mit den, äh, New's und Ankündigungen sein. Die werden zukünftig ein bisschen ausführlicher, äh, wo dann auch so ein Technik-Teil halt ist, der das Change-Log quasi ersetzt. Ähm. Deswegen gibt's dann keinen Change-Log mehr. Hier sind irgendwie interessante Namen drin und ich glaub' nicht, dass das echte Leute sind, sondern nur Fake-Accounts. Ja, ich wundere mich auch, bei mir hängt grad meine Webcam. Und ich hab' bei mir ein Standbild. Ah, jetzt geht's wieder. Ich kenne nicht von deinem Namen. Ja, ab und an, halt, das echt mal ein bisschen hier zu hängen und extrem laggy zu sein. Ah. Äh. Irgendwie ist das komisch mit den Rechten hier. An sich müsste man irgendwie mehr Recht haben, wenn man den, ähm, Hangout eröffnet, weil irgendwie hast du keine Ahnung. Naja, aber, ja, es gibt halt hier nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich guck mir das bei Gelegenheit nochmal an. Ja, wäre sinnvoll. Ich glaube, das ist vielleicht so laggy, weil das mit aufgezeichnet wird. Also, ich klicke jetzt hier mal auf Übertragung beenden, was eigentlich nur Einfluss haben sollte, schau dir auf, ähm, auf die Aufnahme. Wenn dem nicht so sein sollte, dann starte ich einfach hier ein Hangout und ihr kommt einfach wieder rein, wenn ihr möchtet. Ja. 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 Ja.